Bei der KWU Befestigungstechnik GmbH in Deggingen finden Sie Verbundmaterialien für jeden Werkstoff, egal ob Holz, Metall oder Stein. So stellen wir Ihnen Schrauben, Rohrschellen und Rundstahlbundel zur Verfügung. Weiterhin erhalten Sie bei uns Materialien wie Klemmplatten oder Schraubstockschutzpacken zum Verbinden und zum Schutz von Baustoffen. Von Maschinen, Anlage, Hallen und Metallbau über Hoch-, Tief- und Drückenbau bis hin zu Dachdeckern und Werkstätten aller Art. verlässt man sich auf unsere Firma. Nehmen auch Sie Kontakt auf.